Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mal ein ernstes Thema, denn wir haben hier aktuelle News über eine Katastrophe verursacht durch Norfolk Southern, die Ihnen sehr wahrscheinlich sehr viel kosten werden und darauf werden wir auch hier eingehen, aber das könnte auch und darauf werden wir hier am späteren Teil eingehen, die ganze Branche hier ins Wanken bringen. Fangen wir aber an, was ist passiert? Es ist natürlich hier ein Unglück passiert. Mittlerweile ist das schon über eine Woche her, dass hier am 5. Februar das Zugunglück eines Gefahrgutstransports passiert ist. Man sieht hier schon die ersten Bilder, wie es an dieser Stelle aussieht, aber es wird auch immer schlimmer. Auch einige der Substanzen wurden hier kontrolliert abgebrannt, aber was war eigentlich hier drin und was hat das für Auswirkungen? Dafür gehen wir auf die Seite der EPA. Das ist die Umweltorganisation oder die von der Regierung, die Agency, die sich halt um Umwelt kümmert und sie haben hier ein Dokument rausgebracht und das werden wir uns mal eben hier anschauen. Also wenn wir hier oben hingehen, das ist von der EPA und das hat mit einem bestimmten Akt hier zu tun, nämlich Zerla und dafür sind jetzt natürlich hier Norfolk Southern nämlich zuständig dafür, nachher die Kosten zu übernehmen von den Aufräumarbeiten, die da aktuell gerade stattfinden. Und wir können hier auch herausfinden, was überhaupt nämlich in diesen ganzen Tanks drin war und hier haben wir einige Bestandteile, die werden wir uns mal anschauen. Und zum Beispiel hatten wir hier ja Vinylchlorid hier zum Beispiel mit dabei. Hier möchte ich eigentlich nur auf eine Sache nämlich eingehen. Das haben wir jetzt zum Beispiel abgebrannt und daraus entstehen natürlich Chlorwasserstoff und Spuren von Phosgen. Das wollen wir uns mal anschauen und dafür nehmen wir jetzt hier auch nämlich die Sicherheitsdatenblätter, die halt mit diesen Chemikalien kommen, um wirklich hier die, ja, die Gefahren mal einschätzen zu können. Also man sieht hier die Gefahrenhinweise, verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschädigen, geftig beim Einatmen der Chlorwasserstoff. Also eine Sache, die da jetzt quasi haufenweise in die Luft gespült wird, ist schon mal sehr gefährlich. Aber auch Phosgen ist hier nicht viel besser. Phosgen wurde übrigens auch als Giftgas im Ersten Weltkrieg eingesetzt. Also da kann man sich natürlich auch schon mal, ja, ausmalen, was das für ein Gas ist. Es ist natürlich hier auch wieder mit den entsprechenden Gefahrenhinweisen, wirkt ätzend auf die Atemwege, verursacht schwere Verätzungen der Haut- und Augenschäden, Lebensgefahr beim Einatmen und so weiter und so fort. Hier ein weiteres Sicherheitsblatt, ich habe jetzt hier die Sicherheitsblätter alle mal von diesen chemischen Inhaltsstoffen hier aufgerufen. Wir haben hier auch Gesundheitsschäden beim Verschlucken, verursacht Hautreizung, verursacht schwere Augenreizung, giftig beim Einatmen. Das nächste hier kann, verursacht Hautreizung, kann allergische Hautreaktion verursachen, kann Atemwege reizen. Also das geht noch. Hier extrem entzündbares Gas, enthält Gasunterdruck. Also auch hier teilweise, das Isobrotein ist noch das Gefahrloseste hier. Das ist jetzt nur brandgefährlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber was ist natürlich jetzt schon passiert? Denn man merkt jetzt schon, was da gerade gemacht wird. Man konnte jetzt schon auf Social Media Videos hin, wie zum Beispiel Chemikalien ins Wasser geleitet werden. Sehr wahrscheinlich Chemikalien halt, um diese anderen Stoffe nämlich zu binden und damit nicht mehr so toxisch zu machen. Aber auch hier, man sieht zum Beispiel Leute, die Tiere haben. Hier die Füchse sind krank geworden, die Hühner sind direkt gestorben. Hier sieht man mal, wie es aussah, als sie angefangen haben, diese Gase kontrolliert abzubrennen, beziehungsweise diese Flüssigkeiten. Da sieht man auch, was das für eine Menge ist, die da auf einmal natürlich in die Umwelt gepustet werden. Natürlich wird auch einiges im Boden versickern, wenn übrigens das Ganze hier auch in die Luft geht. Sobald das mit Wasser in Berührung kommt, bildet sich dadurch eine Säure. Das heißt, im Endeffekt, all das kommt quasi wieder als Säureregen wieder runter. Wird natürlich hier riesige Umweltschäden haben. Die APA beobachtet alles, sie macht halt ihre Maßnahmen. Aber das müssen sie ja alles bezahlen. Man sieht ja auch schon, wie hier Container oder diese ganzen Gasdinger hier alle abgebrannt sind. Also man kann durchaus davon ausgehen, dass quasi alles hier in die Umwelt ja gelassen wurde. Also das sind schon mal hier Bilder, die einen durchaus beeindrucken können. Ich habe hier auch zwei sehr, sehr unterschiedliche Quellen genommen. Nämlich einmal die New York Post. Die ist so Richtung, ja kann man sagen, eine rechte Bild-Zeitung. Hat auch, würde ich normalerweise jetzt nicht als Quelle unbedingt benutzen. Aber das ist halt ein gutes Beispiel einer eher rechten Quelle. Während man CNN eher hat zum Beispiel als linke Quelle, aber noch sehr nah an großen Kooperationen. Es ist jetzt nicht so eine Quelle wie The Young Turks. Die hätte ich auch nehmen können. Das wäre eine extrem linke Quelle. Die dann natürlich gerne Unternehmen kritisieren. Sondern CNN ist eher schon pro Unternehmen. Aber auch hier, die stellen das als Katastrophe dar. Und was bedeutet das? Denn wir müssen uns klar machen, dass Norfolk Sazern erst gerade in den News war. Denn ihre Mitarbeiter wollten streiken. Und das Ganze ging dann in Tarifverhandlungen. Und dabei gab es mehrere natürlich Forderungen. Einmal mehr Gehalt, aber auch mehr Zeit und mehr Personal zum Checken der Güterwaggons. Denn hier hat man die Zeit pro Güterwaggon von 3 Minuten auf 1,5 Minuten halbiert. Also auch hier ist das möglicherweise ein Grund, warum das überhaupt dazu gekommen ist. Denn man konnte bereits in Videos vorher sehen, dass sich sehr wahrscheinlich ein Bolzen beim Rad gelöst hat. Und sich dadurch das Ganze hier entwickelt hat. Also hier ist wirklich einer der Waggons war wirklich defekt. Und der hat das verursacht. Natürlich, wenn man hier die Zeit, die man hat zum Beobachten dieser einzelnen Züge halbiert. Das kann natürlich schwierig sein. Auch ist es so in den USA, diese Züge sind teilweise extrem lang. Also wenn ihr da vor den Gleisen steht, kann es wirklich sein, es gibt Videos auf YouTube, wo die 10 Minuten teilweise durchfahren. Und natürlich ist, je länger ein Zug ist, desto mehr Masse der hat, desto länger braucht der natürlich auch, um zu bremsen. Und damit kann man auch halt relativ schwer natürlich auf solche Katastrophen hier reagieren. Also man merkt hier gerade, das ist eine Riesenschweinerei, die hier quasi passiert ist. Es hat eine politische Komponente dadurch, dass natürlich hier Biden auch gezwungen hat, die Railway-Worker, also die Leute, die hier protestieren wollten und streiken wollten, halt diesen Vertrag anzunehmen. Das geht irgendwie in den USA. Und dadurch, dass es natürlich kritische Infrastruktur ist und jetzt kommt auch noch ein Wahlkampf nächstes Jahr, also das kann durchaus auch noch politisch benutzt werden. Auch sind natürlich hier Deregulierung von Trump gewesen, die immer noch nicht von Biden halt wieder zurückgebracht wurden, die auch dazu geführt haben können. Also es ist eine hochpolitische Lage, das heißt aber auch, dass wir wieder natürlich Gespräche haben werden, wie man solchere Züge sicherer machen kann. Das kann bedeuten, dass die halt die Zeit, die für so eine Inspektion halt gebraucht wird, vorgeschrieben wird, die wird verlängert. Das heißt, man braucht da mehr Mitarbeiter. Was auch sein kann, ist, die Züge müssen verkürzt werden. Das heißt auch wiederum mehr Mitarbeiter, mehr Züge, mehr auch Triebwagen, die natürlich hier dann angeschafft werden müssten von den einzelnen Unternehmen. Und das würde natürlich auch andere Unternehmen wie Union Pacific hier natürlich betreffen. Auch gibt es andere Sicherheitssachen, die schon lange gefordert werden. Und gerade je mehr hier bekannt wird, je mehr das Ausmaß wirklich auch bekannt wird, denn das hier, dieses Word-Dokument, ist gerade quasi komplett neu. Es ist jetzt hier vom Freitag, also das ist noch nicht so lange draußen. Wenn wir uns das hier anschauen, 10. Februar, ja, das ist noch nicht wirklich hundertprozentig teilweise berichtet worden. Man kann nachher erst teilweise nach Wochen oder Monaten die wirklichen, ja, Auswirkungen von so einem, ja, Leck natürlich erst sehen. Wenn zum Beispiel alle Felder nachher wirklich hier sterben, alle Tiere quasi auch teilweise dann auch sterben werden, wie schon die ersten Hühner und Füchse, die krank werden. Aber auch wenn natürlich die Menschen krank werden, dann müssen sie ja natürlich hier nicht nur bezahlen, die, ja, die Aufräumarbeiten, sondern auch nachher müsste man sagen, dass sie hier einen Class-Action-Lawsuit natürlich erwarten können. Und das wäre dann teuer. Also ich würde Norfolk, Sassan, ich mache natürlich hier keine Anlageberatung, aber ich würde die als Mensch verkaufen, wer natürlich hier sowas macht. Aber auch, es ist eine, wie gesagt, schon eine Riesengefahr für alle anderen Unternehmen. Damit will ich mich aber verabschieden. Auf jeden Fall eine hochbrisante Situation, dessen Ausmaß wir uns noch nicht bewusst sein können. Denn man hat ja auch schon gemerkt, bei vielen anderen Unternehmen, ich glaube ein gutes Beispiel ist 3M, erst kommen die Nachrichten und dann kommen die Auswirkungen.